Dreiunddreißig Im Bahnhof Wann fährt der nächste Zug nach Berlin? Wann fährt der nächste Zug nach Paris? Wann fährt der nächste Zug nach Paris? Wann fährt der nächste Zug nach London? Wann fährt der nächste Zug nach London? Wann fährt der nächste Zug nach Stockholm? Wann fährt der nächste Zug nach Stockholm? Wann fährt der nächste Zug nach Budapest? Wann fährt der nächste Zug nach Madrid? Wann fährt der nächste Zug nach Berlin? Wann fährt der nächste Zug nach Berlin? Wann kommt der Zug in Wien an? Wann kommt der Zug in Moskau an? Wann kommt der Zug in Moskau an? Wann Wann fährt der Zug nach Bali? Wann muss ich umsteigen? Wannrufe Wann muss ich umsteigen? Ich möchte nur die Hinfahrt nach Brüssel. Ich möchte eine Rückfahrkarte nach Kopenhagen. Was kostet ein Platz im Schlafwagen? 33 Im Bahnhof Wann fährt der nächste Zug nach Berlin? Wann fährt der nächste Zug nach Berlin? Wann fährt der nächste Zug nach Paris? Wann fährt der nächste Zug nach Paris? Katar Badie be London, Che Mooghe Mirawad? Wann fährt der nächste Zug nach London? Wann fährt der nächste Zug nach London? Um wieviel Uhr fährt der Zug nach Warschau? Um wieviel Uhr fährt der Zug nach Warschau? Um wieviel Uhr fährt der Zug nach Stockholm? Um wieviel Uhr fährt der Zug nach Stockholm? Katar Badie beudapest saate chand hareket mi konad? Um wieviel Uhr fährt der Zug nach Budapest? Um wieviel Uhr fährt der Zug nach Budapest? Man jec Beliet baraie Madrid mi khaham. Ich möchte eine Fahrkarte nach Madrid. Ich möchte eine Fahrkarte nach Madrid. Man jec Beliet baraie Prague mi khaham. Ich möchte eine Fahrkarte nach Prag. Man jec Beliet baraie Berne mi khaham. Ich möchte eine Fahrkarte nach Bern. Katar, Che Mooghe Be Wien mi resad? Wann kommt der Zug in Wien an? Wann kommt der Zug in Wien an? Katar, Che Mooghe Be Moskow mi resad? Wann kommt der Zug in Moskau an? Wann kommt der Zug in Moskau an? Katar, Che Mooghe Be Amsterdam mi resad? Wann kommt der Zug in Amsterdam an? Wann kommt der Zug in Amsterdam an? Muss ich umsteigen? Von welchem Gleis fährt der Zug ab? Gibt es Schlafwagen im Zug? Ich möchte nur die Hinfahrt nach Brüssel. Ich möchte eine Rückfahrkarte nach Kopenhagen. Was kostet ein Platz im Schlafwagen? Was kostet ein Platz im Schlafwagen? Schlafwagen? Bis zum nächsten Mal.